Setz da hin und sei ruhig. Herr Wamba und Pennutz mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spielung. So, klickst Daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sag ich dir, sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Hast du den Dunking gesehen von LeBron James? Ja. Freunde, hau in die. Hau in die, hau in die, hau in die. Oh Gott, wir sind sehr schnarrig. Ich bin mit dem Flugzeug. Jetzt gibt es Rampage. Raus. Oh Gottes Willen, ja, der hat natürlich Feind getroffen, 166, ist klar. Oh Gott, David, ey. Sachball. Mann, 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 ey. Und hier kommt der, nein. Warum kann denn der so gut fliegen da? Krass. Ja, es geht doch. Hier sieht gar nichts gerade. Vielleicht müsste man den Leuten nochmal sagen, dass wir jetzt einen Twitter-Account haben. Wir haben einen Twitter-Account. Ja, wir haben einen Twitter-Account. So. Dann hätten wir das damit auch erledigt. Die Spiehlunken, ich hätte gedacht, wow, 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 shit. Reepare ich erstmal. Geh mal zu Ehe. Du fliegst schon wieder, oder wat? So. Flieger Fast Hab ich nicht getötet Wie kann denn das sein Was schreit denn hier so Ja, hab ich dich, du Hure Hure, du little Hure So Ja Bis du dich bei C umfahren Was wieder schlingelst 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 Robin ringelst So Jawohl Jawohl Da oben auf sein Dach Kriecht er Na ja, was willst du da machen Kannst du nischt machen Ah, welcher Datum ist denn heute eigentlich 15.16.17. Fast Ja genau, der ist auch nicht Trophy Young oder was, also was ist denn das für Tenefax hier, sag mal Mumpitz Mumpitz Mumpitz, ja Warte auf mich Wow, da war fast der Fahnen was bei C, scheiße Ich sag's doch, ich hab's doch gesagt Ja, aber hat mich weggefedert Ja, noch nicht Kommt schon noch Okay, so Hast du den Dunking gesehen, äh von LeBron James? Ja 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 Schön gemacht da kann man sagen, ja Ja Mann du schieß doch Och man Ja, der ist aber tot. Na, wo versteckt er euch denn? Ah, da komm, da habe ich aber einen wenigstens. Du, bleib doch mal in Ruhe stehen, Mann. Ich kann hier kein Treffen. Ach, Mann. Nervt das. Dreh dich doch mal nach rechts. Nach rechts. Guck dir, die wenigstens getötet. Da wieder. Sechs. Loll. Watt sechs. Ja, genau. Schadenspunkte nur. Achso. Ich dachte, sechs Leute hast du getötet. Das wäre geil. Mit einer Bombe. Ach komm, den habe ich aber getroffen. Damit gibt es doch gar nicht. Scheiß Furze, ey. Flugzeug in Sichtweite. Unsere Befehle fällt, Hebel. Da, zeugliches Maschinengewehr. Aufpassen, Maschinengewehr. Bisschen Geduld. Scheiße, tot. Kannst du hier im Panzer einsteigen? Ich bin immer noch nicht in deinem Trupp drin. Deswegen kann ich das nicht. Achso. Warte mal, ich kann den ja mal wechseln. Nee, warte. Nee, nee. Ich bin zu dir. Jetzt kommt mal der Typ. Ah ja, da war einer frei. Gut. Fährst du nicht? Nee. Da war keiner mehr. Gut. Jetzt neue Befäle. Ah, der hat der aber glück gehabt. Ah, da hinten war einer. Ah, genau da irgendwo. Ah, da ist alles. Ah, komm. Ah, nein. Ah, da habe ich genau vor uns. Ah, da habe ich gesehen. Ah, da habe ich gesehen. In dem Moment. Der ist sehr rechtslastig hier, der Panzerfahrer, ne? Dass sich der Linkzeug in der Sitz interessiert, den nicht irgendwie. Der fährt immer so, dass man rechts zielen kann, ey. Oh, was halt. Ein Teamkill, geil. Ich habe zwei Teamkills gerade gemacht. Was? Ja, da habe ich einen eigenen Lütchen gekriegt. Ja, hä. Ah, mal der Spion. Okay. Ja, hast du vielleicht durch Trümmer-Kills oder so? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Aber. Trotzdem krass. Aufsichtlich. Ja. So, ein bisschen lauter machen hier, ey. So. Nicht getroffen. Scheiße. Shitdings. All right. All right. All right. All right. All right. Ist du auch noch ein Panzer drin? Ja, wahr? Hm, naja. Ich sitze hier noch ein Feuer fleißig. Ich sitze aber nur ein Kill. Ja, hier steht er jetzt. Sehr ungünstig. Sieh, sieh. Ist das eine ihrer Soldaten? Freundlicher Soldat, ja. Ach, scheiße. Na gut. Wie laufen unsere Befehle, Feldhebel? Der gibt hier echt Befehle durchweg. Ich kann die hier nicht... Nicht an dich reißen. Nee. Fahr weiter, bitte. Mann. Ich will den scheiß Blutzeug treffen, ey. Was? Ja, natürlich. Ach, renn doch. Renn doch um dein Leben da. Oh, nee. Mann. Krass. Fährt schon wieder so, dass ich da keinen treffen kann. Macht ihr das mit Absicht, oder? Ja, der sieht, dass du links sitzt. Ja, genau. Dann denkt er sich so, nee. Der nicht. Nee, der nicht. Du musst hier schon wieder nachladen. Oh, da hinten ist ein Panzerhalter. Musstest du den sehen können? Nee, noch nicht. Wussten ja. So, er hat ihn nicht. Also so am Horizont bei F. Das Schiengewehr eindeutig feindlich. Ja, Alter. Wie hat er denn das überlebt? Oh, hinter uns irgendwo was. Oder rechts neben uns. Hä? Und, wir laufen unserer Befehle. Wer trifft uns denn hier? Boah, der... Der ist aber ordentlich geflogen, Alter. Krass. Hä? Oh, weh doch. Boah, der sollte sich mal reparieren, langsam. Na. Ich glaube, das will er jetzt auch machen. Ja, sieht so aus. Ich sehe den Bug mit den schmalen Streifen, haben sie immer noch nicht behoben, wenn man hier aus dem Panzerfenster guckt. Nee, das ist die ganze Zeit, ja. Können wir immer noch nicht abstellen, den Bug. Dann tut uns leid. Ja, an den schlauen Nutzer hier. Das tut uns wirklich sehr leid. Ja, die hat die Neiger Jut getroffen. Sehr schön. Flugzeug? Nee, ein Sturm, ein Fußsoldat, aber trotzdem. Wir waren ein bisschen weiter weg. Wenn wir das mit. Man hat auch nicht mehr voll mit Leben, aber... ...über 50 noch hat er gehabt. Mann, ich verfehle jedes verfickte Flugzeug. Boah, yes, ich hab das Flugzeug getroffen. Ja, du hast das erwischt natürlich wieder, ey. Das gibt das nicht. Der dreht genau in dem Moment, driftet der nach links. Ey. Dadurch konnte ich ihn halt treffen. Ja, voll das Arschloch, ey. Das ist schon das vierte Flugzeug, was ich hier so jetzt um Meter verfehle oder so. Nervt mich hier langsam, ey. Mann, ey. Und stellt sich schon wieder so hin, dass ich rechts nix treffen kann, ey. Ach, Mann, ey. Da oben hockt ein Sniper auf dem Hügel da. Jawoll, aber den halt voller Bestubuhre. Sehr schön. Huren Sniper. Da wird er dumm aus der Wäsche geguckt haben. Die Fresse will ich mal sehen von dem jetzt. Kriegst du schon gleich wieder eine Feeternachricht. Stimmt. Wahrscheinlich, ja. Ach, ja. Ach, komm. Rechts ist ein Fußsoldat. Oh, was war das denn? Haben wir. Was wird denn die gemütliche Panzerrunde hier? Ja, muss auch mal sein. Oh. Oh, die Panzer voraus. Ausgeschautet, der Panzer. Ja, ist sehr gut. Nutterig. Das war schon eine Teamarbeit. Nutterig. Sehr gut. Oh, hier ist unten steht einer. Was? Den haben wir ein anderer Wisch, oder? Schade. Boah, das Flugzeug hier. Krass. Oh, shit. Gerade von uns. Nee, Klobe nicht. Ja. Ja. Wir haben Einsatzziel, Friedrich, erobert. Aufpassen! Danke, Herr Soldat! Was ist denn jetzt hier los? Alter. Ach, da ist ein Panzer ab, du Scheiße. Nein, klar, jetzt viel zu spät. Raus. Ja. Okay. Na, komm, leg dich hin. Oh Gott, das wäre ein Robert. Einfach nur weg. Einfach nur weg, genau. Richtung D irgendwo. Ja, genau. Und dann da drin. Die Sniperfunzel ist von uns da hinten. Ja, Gott sei Dank. Ne, guck, schon was spät. Ah, den hat er gemessert. Beide sind gegen das so. Ah, ich tippe mal in dem Haus hier drin. Geh doch mal rein! Ja, genau. Ich werde direkt hin. Weg mal nicht, René, der haupt direkt in dem Bett da drin. Ach, Mann. Das ist eine Nutte, Alter. Da hinten ist der. Und da lag ja noch einer. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ich stecke mal wieder in den Panzer ein. Schon lange nicht mehr. Oh, stimmt. Toll, ist voll. Die Gasgranate, genau. Die nimmt... Ich stecke hier aus. Hoch hier. Boah, du warst das ein Glück, ey. Ich habe nur das Geräusch gehört und dachte schon, okay, nütz. Was ist für Munition? Wir haben Einsatzziel, Friedrich, hallo. Scheiße! Ein feindlicher Panzerzug ist uns verletzt. Empfehle, Feldwebel! Ja, diesmal habe ich mit dir rechnet. Ja, das ist da ein bisschen Munition. Da brauche ich nicht. Gönn dir. Die sind noch nie weg. Oh, ja. China-Munition hier, die brauche ich nicht. Ja, die explodieren in der Waffe. Ja. Oh, ich werde beschossen von hinten. Ja, das ist die rechte Kilo. Ja, nein, du bist... Mann, geh hoch. Aber ich werde mir die... Den schnappe ich mir. Ja, genau. Und fällt der direkt runter, ey. Wo versteckt sich die Sau? Ein feindlicher Panzerzug ist eingefroren. Da oben ist er. Aber auch aber wenig. Schuss mit der Selbstladebüchse. Modell 8.35. Oh, der hat sich gegen den Fahnenmaske wickelt. Genau wie du sonst immer bei C. Das scheint so ein allgemein Problem zu sein bei den Piloten hier. Ich habe einen Panzer. Ich komme von A. Ich bin in einer Stunde ungefähr da. Ja, ich bin leicht tot, glaube ich. Ich höre Schritte hier. Du Scheiße, jetzt ist ja auch der Panzerzug da. Hure! Kacke. Ach, du Bastard, Alter. Ich komme hier hoch, ey. Oh, fahr hier. Wer macht denn hier? Wer entwickelt denn so eine Panzer? Der kommt ja nicht mal einen kleinen Hügel da hoch hier. Wir fahren. Hure, du und du andere Hure. Jawohl. Double whore. Double whore kill. Whore kill. Oh, oh. Sauber erwischt. Kopftrefferbonus 100. Ist hier ein Auto? Ich habe hier ein Moped, David. Ne, ich habe einen Panzer. Also, du nimmst, der hinter mir ist. Irgendwann ist hinter mir. Steig doch einfach auf den Beifahrersitz ein erstmal. Wir haben uns ja nicht eilig. Wo bist denn du? Oh Gott, das ist ja ein gegnerischer Panzerzug, oder? Ach, du Scheiße. Nein. Ja, das ist ein gegnerischer Panzerzug. Oh, nein. Oh, jetzt hat mich der Panzer erwischt. Geil. Ich steig mal bei euch ein. Du kannst bei mir rennen. Ich bin hier noch frei. Na, mach ich ja. Bei euch. Naja, okay. Na, egal. Ich sehe ja nicht, wie viele Leute bei euch einsteigen. Soll ich mal einen Boost anmachen? Na, jetzt denn noch. Dann kannst du gerne machen. Mach doch den Boost an. Na, ich verhäse das doch sonst eh wieder nachher. Oh, jemand hat einen Boost aktiviert. Ja. Hier vor uns direkt. Ich kann den nicht. Ich sehe den nicht. Bin raus. Warum bist du raus? Na, weil ich die abknallen will, die Leute hier. Ich treffe die nicht. Oh, hier kommt... Oh, da der, der, der... Der Panzerzug. Genau, der auch, ja. Meint er eigentlich das Flugzeug? Oh, ähm, ähm, ähm. Echt ne Frechheit, dass ich hier keine Befehle mehr geben kann. Und, wie laufen die Befehle? Muss mal hier weg. Ja, fahr mal. Über uns. Das kam von... Über uns. Von rechts irgendwo, ja? Du scheiße, guck dir das an. Oh nein, der Panzerzug. Fahr jetzt genau drauf zu. Äh, zu. Ja, ja. Du schießt doch mal. Aui, oi, oi, oi. Oh Gott. Voll der Lebensmüde. Direkt neben dem Scheißzug. Oh Gott. Was du denn da? Ja, ich will es nicht. Wir fahren mal einfach. Du was zu tun. Voll kennen soll. Ja, keine Ahnung. Wette uns einfach. Ich habe auf jeden Fall gut Schaden. Du musst schießen. Ja. Ja, ich würde ja. Ich kann halt nur die Seiten sehen, leider. Oh, oh. Raus. Raus. Weg. Raus, Robert. Einfach raus. Raus dem Zug. Raus. Genau. Ja, und jetzt werde ich doch eh gleich abgeknallt von dem. Oh Gott. Rennen einfach nur. Und dann, oh, in eine andere Richtung kommt ein Panzer. Geil. Von beiden Seiten kommt der Tod. Ja, und er hat mich auch schon gesehen, glaube ich. Oh, nee, Mann. Oh, nee, Mann. Nein, nein, nein. Oh, ich traue mich nicht aufzustehen. Geht's nicht. Ach, komm. Ach, Mann. Wenigstens den wollte ich noch mitnehmen, da. Ich habe einen schweren Bomber. Der ist zwar ultra langsam, aber der ist so gut sehr gut. Für den Beifahrer ganz gut. Äh, für den Co-Piloten hier. Warte mal, komm mit. Ja, ich habe natürlich nur wieder Beischütze hier an der Seite. Ist klar. Und ich bin raus. Und raus. Direkt, Alter. Ich bin hoch, tot. Ja, das hätte mir gedacht, dass du das nicht lange überstehst da. Krass. Oh, nein, ich werde beschossen. Ach, du Scheiße. Rein in die... Oh, in die... Oh, in die Schule. Oh, nee. Hä? Wer denn? Oh, Mann. Yes, ich habe den Panzerzug kaputt gemacht. Yes, wunderbar. Ja, gut. Ein Erfolgserlebnis. Oh. Und weggesnipert. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Oh, es ist so klar, dass das hier ein Sniper ist, der hier oben wieder auf den hintersten Hügel hochkriechen muss. Da kommt ein Panzer. Bei A? Ach, da hinten, da. Also, gut. Soll er mal machen. Soll er das? Ich weiß nicht, ob ich noch auf die das soll. Da ist noch ein Panzer von uns. Zusammen schaffen wir den. Ja, gut. Oder auch nicht. Oder? Doch. Jawoll. Gena ist ausgestiegen. Warum treff ich den denn nicht? Ach, der tötet mich. Ach, Mann. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Ja, genau. Eigentlich habe ich ihn noch schon vorher getroffen. War wieder ein bisschen komisch. Hä? Hä? Braut jemand Munition? Fast wieder direkt instant weg ist Sniper, ey. Komm, den Punkt nehmen wir noch einen hier. Jawoll. Nö. Hier, ich habe ein bisschen Munition gewertet. Wir haben ein bisschen Munition gewertet. Wir haben einsatzgeleitet. Wir laufen unserer Befehle. Wir haben Einsatzziel, David, verlor. Komm, sind denn hier so viele Leute bei DxE hier? Ja, kein. Oh, das ist jetzt auch noch ein Flammenwerfer, man. Ach, Gott. Ich bin doch mal bei B. Das hätte ich mal lieber nicht machen sollen. Ja, du hör doch mal auf. Ja. Setz die Maske auf. Du Scheiße. Du Scheiße. Die Abwehrgranate. Ja, alle. Also die war doch wirklich schon lange weg. Boah, Gottes willen. Leid weg. Na gut, bin ich noch mal drauf gegangen am Ende. Ich bin auch noch ein paar Mal am Ende drauf gegangen. Sehr gut. Ich bin auch noch ein paar Mal am Ende drauf gegangen. Jetzt kacken wir ja alle Feuer ab. Nee, schießt er denn hier. Marien hier in die Kaschemel. Ach, den hätte ich noch mal, den hätte ich aber noch erwischt. Jetzt die Wellnächte. Oh, komm ey. Jetzt will ich ja lieber nochmal Festung von vor, ey. Ja, definitiv. Oh, das war eine ganz gute Hundehöhle. Jawohl. Highlights. Und Platz 1 hier. Echt? Ja. Schlecht, ich bin da ja echt nochmal tausendmal drauf gegangen. Krass. Gut gemacht. Schön für dich. Ich muss ja auch mal Erster werden irgendwann. Ja, richtig. Naja, gut, Freunde. Gut. Tschüss. Tschüssi. Grüße. Vielen Dank.